Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Ich hoffe es geht euch allen gut. Mir geht es heute sehr gut, denn ich bin motiviert ein neues Video zu drehen. Ich hatte die coole Idee, dass die Kaninchen einfach mal heute ihren Tag selbst bestimmen können. Wie das funktioniert, werde ich euch jetzt erklären. Und zwar habe ich einige Zettel vorbereitet. Einer steht zum Beispiel für Ja und einer für Nein. Und dann werde ich zwei Leckerlis noch dazulegen und je nachdem welches Leckerli sie sich aussuchen, bestimmen sie eben, was gemacht wird. Also ihr werdet das gleich noch verstehen, aber ich glaube viele von euch kennen dieses Prinzip auch schon von anderen YouTubern. Hallo Hazel, guten Morgen. Ich habe gar nicht erwähnt, dass wir ja jetzt im Kellerzimmer sind, weil es ist ja morgen. Und die Kaninchen bleiben ja immer über Nacht im Kellerzimmer. Falls ihr nichts davon wisst, schaut euch unbedingt mal dieses Video hier an. Hazel, möchtest du mal darüber entscheiden, was ihr so frühstückt? Okay Hazel, also wir haben einmal Paprika und Karotte zur Auswahl. Sie ist weggehoppelt. Hazel? Wenn du jetzt nicht kommst, dann lasse ich Möhrchen darüber bestimmen. Ich weiß doch, dass ihr Hunger habt. Möhrchen, Möhrchen, komm du, komm du einfach. Wähl du dir was aus. Okay. Gut. Also eigentlich wäre ja Hazel dran gewesen, aber ich dachte mir, wir lassen jetzt Möhrchen zur Entscheidung gelten, weil er zuerst da war, okay? So, ich habe da hinten jetzt gerade die Tür aufgemacht und habe die beiden in die Freiheit entlassen. Ah, es ist heute ein wunderschöner Tag. Schaut euch das mal an. So, das ist euer Frühstück. Das sieht jetzt nach sehr wenig aus, aber wir haben in letzter Zeit auch nicht mehr so viel Hunger. Dann machen wir halt die nächste Entscheidung hier. Hazel, möchtest du draußen mit Möhrchen zusammen oder soll Möhrchen einen TikTok machen? Ja und nein. Hier haben wir ja. Hier haben wir nein. Hazel, was ist denn los? Oh, Süße. Ah, da war gerade eine Biene. Okay. 20 Minuten später. Hazel, das ist nicht dein Ernst. Wie kannst du so gegen unsere Community auf TikTok schießen? Wie gemein von ihr. Und für das Jahr hat sie sich nicht mal interessiert hier. Also das ist schon traurig. Halleluja. Seht ihr? Sie haben die Karotten nicht angerührt. Ich glaube, das hängt so mit dem Jahreszeitenwechsel zusammen. Das ist bei denen normal eigentlich. Und ja, diesen Tisch haben sie umgeschmissen. Hazel. So Leute, es ist jetzt schon später Nachmittag und die Kaninchen sind natürlich wieder draußen. Beziehungsweise habe ich jetzt die nächste Frage vorbereitet und die lautet, wollt ihr jetzt eine normale Hoppelstunde einfach machen wie immer oder soll ich euch hier im Hof einen kleinen Parcours aufbauen? Ich würde sagen, Möhrchen darf jetzt wieder entscheiden. Möhrchen. Und er entscheidet sich für die normale Hoppelstunde. Okay, also was ist denn los mit euch? Ihr wollt ja nichts Neues machen. Möhrchen. Möhrchen. Oh mein Gott, was ist das für ein Bild? Soll ich euch einmal ein Spielzeug zum Knabbern holen, so als Snack oder wollt ihr euren Lieblingssnack? Bitteschön! Such dir was aus, Hazel. Falls du überhaupt Hunger hast, aber ja. Eieiei, was machst du da, Möhrchen? Komm her! Na, komm her! Ah, 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 sie ist da unten. Sie sucht sich was aus. Hat sie sich was ausgesucht? Ja, Hazel, jetzt weiß ich aber nicht, was du zuerst gefressen hast. Meine Theorie ist, dass sie sich für den Lieblingssnack entschieden hat, weil als ich runtergekommen bin, ich hab's ja in der Aufnahme gesehen, war sie gerade so auf der anderen Seite und sie hat ja beide Leckerlis gefressen. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass sie das Leckerlis von der Seite, auf der sie gerade so rumgeknuspert hat, dann als zweites gefressen hat. Das heißt, der Lieblingssnack hat gewonnen. Oh mein Gott! Sie ist dran und es ist noch nicht mal was drin. Wow! Die Gier wird immer größer. Also das ist, äh, der Lieblingssnack von beiden. Und die lieben es einfach zu lieb. HESEL! So, ich stell' euch das jetzt mal hier hin. Und wenn ihr es jetzt nicht fressen wollt, dann halt zum Abendessen später. Also, es ist jetzt 18 Uhr. Theoretisch könnte ich die Kaninchen schon drin lassen, weil sie sich wie so eine ganze Zeit nur im Kellerzimmer sind. Aber es gibt noch eine Frage. Ich hatte die coole Idee, heute, wenn es schon dunkel ist, ein Fotoshooting im Hof mit den Kaninchen zu machen, mit LED-Luftballons. Ich habe sowas schon mal vorletztes Jahr zu Halloween gemacht. Und diese Aufnahmen sahen einfach so cool aus. Und ich frag' eben jetzt die Kaninchen, ob sie Bock haben. So, Möhrchen. Ja oder nein? Eins, zwei. Möhrchen. Jaaaaaa, Möhrchen. Okay, Leute, die Action geht los. Wow, man kann nichts sehen. Ha. Leute, schaut euch das mal an. Sieht das nicht cool aus? Jetzt machen wir mal die Taschenlampe weg. Also, der da, der hat versagt. Ne, da wunderst du dich auch, Möhrchen. Oh, wie cool. Das war ein cooler Schatten-Effekt. Das sieht aus wie Superstar, ja. Also, es ist echt cool mit den Kaninchen so eine Hoppelstunde bei Nacht zu machen. Aber diese Luftballons bringen es irgendwie nicht für die. Ja, er läuft immer daran vorbei. Leute, so kann man doch kein Foto machen, hm? Sie interessieren sich gefühlt anders im Hof, nur nicht für die Luftballons. Aber ich glaube, das Licht verwirrt sie eben auch ein bisschen. So, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. An diesem Abend ist gar nicht viel mehr passiert. Wir haben die Kaninchen dann irgendwann reingeholt, weil wir gemerkt haben, dass sie einfach müde sind und dass die Story mit den Luftballons jetzt nicht so viel Sinn macht. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ich nochmal so ein Video machen soll. Ich würde sogar mal mit Möhrchen in den Wald gehen und ihm dort ein paar extremere Fragen stellen. Mit Hazel wäre das leider nicht möglich, weil sie einfach viel zu wild und zu schnell dafür ist im Moment. Also sie wäre innerhalb von zwei Minuten weg. Aber ja, wir würden uns auf jeden Fall über ein Abo freuen und sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss, macht's gut!